Bei so einem Winkel ist es dann besser, wenn man entlang abgleitet. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die Reifen hier ein bisschen besser zu gestalten. Aber es ist halt ein sehr unglücklicher Winkel. Man muss aber so sagen, wenn Sie diese Bilder jetzt sehen zu Hause, dann sind wir froh, dass es Ihnen gut geht. Aber die Energie wird hier auch immer peu à peu abgebaut und nicht auf einmal mit einem abrupten Aufschlagen. Und dieses Einschlagen des Autos sich drehen, da wird Geschwindigkeitsenergie abgebaut.